Was geht Bros? Ich bin's wieder, euer BrawlBro und willkommen zu einem neuen Video von mir, Freunde. Wir werden heute zusammen wieder gemeinsam auf die krassesten Momente in Brawl Stars reagieren, Freunde. Ihr wisst, diese Videos sind immer zu krank, Alter. Also lehnt euch zurück, holt euch was zu essen oder zu trinken und wir switchen jetzt rüber, Freunde. Let's go! Also, das nächste Video, was wir uns anschauen werden, ist vom lieben Tim Royale, Freunde. Es heißt 300 IQ4Bull und gebt auf jeden Fall ein Like, checkt ihn ab, Freunde. Und wir starten jetzt direkt. Gebt auf jeden Fall auch ein Like auf mein Video, würde mich freuen. Und falls ihr auch selber Brawl Stars spielt, abonniert auf jeden Fall meinen Brawl Stars Kanal und let's go, Digga. Zeig mal her, was der gute Tim für uns hier dabei hat. Okay, wir sehen hier einen Crow, der sich mit einem Kai bettelt. Ich sag, der Crow holt ihn. Oh mein Gott, was? Digga, das fängt schon krank an mit so einem heftigen Moment, Alter. What the fuck? Okay, sowas kennen wir alle, Freunde. Sowas kennen wir alle. Sind es hier noch drei? Ja, alle trauen sich nicht, aufeinander loszugehen. Ich hasse sowas. Ich bin immer der Erste, der direkt lospusht. Okay, ich sag, der Bull wird gewinnen. Ja. Er hat sich so rausgehalten einfach, es hat geklappt. Tschüss, was? Warte mal, was? Guck mal, da sind zwei, da sind das zwei, ah, das sind zwei Teammates, okay. Loll, Digga, oh mein Gott. Die Quali hier ist auch komplett los. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. So lost, man. Okay, ja, die haben easy gewonnen. Safe. Ja, bringt ja nichts. Bringt ja gar nichts, Digga. Ach, Digga, der Dynamike hat ja easy, konnte easy finischen. Hier sehen wir wieder, ist es Solo schon oder Duo? Ich glaub, Solo. Oh mein Gott, Rip Crow. Und die Shilly stirbt auch, oder? Doch nicht. Oh mein Gott, wie knapp? Okay, doch, durch den Crow. Durch den Crow, dann ist sie gestorben. Er ist, er gestorben. Komm. Hö, Digga, der Bär. Er holt den Mord, ist auch. Hö, es hat geklappt. Was? Alter. Immer gefährlich beim Tor so rum zu struggleen. Wenn man sterben könnte. Oh mein Gott. Oh mein, oh ha. Alter. Das war grad überkrass. Was macht der Bull? Oh, was? Ja, was passiert jetzt, Leute? Er ist einfach, er ist einfach gefangen. Das hab ich jetzt ehrlich noch nie erlebt. Und selber noch nie ausprobiert, dass ich mich selbst hops nehme. In dem hier einfach out of map, also so out of map in Anführungsstrichen. Ach so, nein, warte. Das ist Star-Punkte. Das ist, was ich sag, ich dachte grad, das war Showdown gewesen. Hä, was war daran jetzt krass? Check ich gar nicht, Digga. Ach, keiner kann ihn auch killen. Darum geht's. Keiner kann ihn auch killen, einfach. Er ist so komplett lost für die ganze Runde da. Oder keiner kommt ihn killen, meine ich. Stark. Okay, und Bale hat ihn. Nein, nein. Hello, darkness, my friend. Oh mein Gott, er hat's nicht geschafft zu entkommen, Digga. Episch, einfach nur episch. Duo-Showdown. Mach's gut, Baby? Äh, äh, äh. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Mein Hals kackt ab. Ich bin immer noch erkältet, Leute, aber dieses, dieses Random, warte, okay. Wie der da steht und so. Hell no, tut mir nichts. Jetzt, okay, okay. Digga, einfach episch. Guck dir das an. Was ist das für ein kranker Moment, Digga. Das ist so krass. Und trotzdem kommt doch, oh. Oh. Die haben es geschafft zu überleben, stark. Sehr, sehr stark. Aber krank war das. Das war so lustig gerade. Tschüss. Was? Oh mein Gott, let's go. Okay, wieder so ein nice Moment. Drei. Alle drei sind übrig. Keiner traut sich, was zu machen. Guck mal. Warum macht die Shelly zum Beispiel nichts? Warum sind das solche Idioten? Ich check das nicht. Mach doch die Ulti-Shelly, Mann. Richtig schlecht. Was? Boah. Aber hat sie noch irgendwie hinbekommen, Alter. Oh. Outplayed hoch. Zehn, Alter. Vorbei. Ehre genommen einfach. Hä? Wieso ist der nicht reingeblieben? Oder? Wow. Das war stark. Ja, weg mit dem. Beide seiner Monat. Die müssen echt aufpassen. Oh mein Gott. Beide werden sterben, oder? Ja. Oh, es kommt. Es passiert wieder. Es passiert einfach wieder. Oh mein Gott. Okay. Zeig mal. Ja, hol dir den Easy weg. Oha. Das war gerade richtig krass gespielt von Mortis. Aber richtig krass, Leute. Nächste, die nächste. Klatsch sie weg. Nächste, die nächste. Ball ist hier raus, Bro. Oh, der Bull ist entkommen. Er hat sein Teammate so verrecken lassen. Es hilft Bruder, ich muss los. Ja, das war's. Gib ihm den Ball. Gib ihm den Ball. Ach, das war's. Okay. Oh man. Okay, der ist Lucky. Jetzt, jetzt dabei. Das habe ich auch schon so oft gemacht. Das ist so nice, Digga. Es ist richtig satisfying, wenn das klappt. Das ist auch schon ein paar Mal gemacht. Das ist super nice. Und der Bull finisht. Oh mein Gott, doch nicht. Oh mein Gott. Und jetzt aber. Oder? Oh, was? Die haben es einfach noch geschafft zu gewinnen, Leute. Digga, der Bull spielt einfach schlecht. Der macht so Auto, ey, Digga. Der Leon genauso. Ey, beide solche Loops einfach. Der größere Loops hat gewonnen. Mach ihn rein, Bro. Mach ihn rein. Linke Ecke, linke Ecke. Links, links, links. Ich hab's prediktet. Ich hab's prediktet. Das war krass Glück. Der hat die Seite komplett gedeckt und er ist genau dann weggebrushed, Digga. So Glück war das. Ey, diese Sound-Effekte, Mann, ey. Jump rüber, Bro. Jump rüber. Nein, er hat nicht das Star-Power. Ey, Digga, jetzt, ob er das schafft. Er schafft es einfach. Ich fass es nicht, Leute. Oha, die haben 20. Die haben eine 20. Ey, wenn sie das jetzt noch schaffen, ne? Wenn der, Digga, der Maverick auch noch. Wenn das der Maverick schafft. Da sind wir deine, Mike. Digga, dann weiß ich aber auch nicht mehr. What the fuck. Komm, noch ein Ulti. Bruder, was macht er mit denen? Ey, der heißt Bro. Sascha Bro Kuh. Sascha Bro Kuh. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich hab nicht aufgepasst, aber egal. Oh, hä? Hä, warte mal. Ja, genau. Ich bin's, Jungs. Alter, wahrscheinlich kein Tor gewesen, oder? Guck dir das an, wo der Ball gerade ist. Da haben wir euch der Tab-Zubassel hier. Guck dir das an, Mann. Er holt ihn einfach raus. Ja, Bruder, hä? Das, der Ball, der war ja noch nicht hinter der Lille. Tüch. Was denn da passiert gerade? Das war auch richtig krass. Oha, Digga, das ist so krass einfach. Richtig, 300 IQ oder Glück. Aber es war wieder Glück. Und beide. Schmeckt. Schafft er das noch reinzumachen, wenn der Bull jetzt nach vorne sprintet? Der Idiot, Alter. Richtig. Richtiger Idiot. Ich schwöre euch auf alles. Alter. Zack. RIP. Da ist der Frank auch selbst schuld. Was macht der da? Ey, es tut manchmal so weh, das zuzuschauen, ne? Oh mein Gott, er hat wieder gehalten. Er hat wieder gehalten. Ja, moin. Ist gut zum tanken eigentlich, ne? Warte mal, was ist da denn jetzt gerade passiert? Die schießt jetzt zwei Schüsse, die Penny. Eins, zwei. Ach so, wegen der Starpaw an der Wiener Bombe. Richtig krass gemacht, Mann. Alter, das ist, glaube ich, heftig geplant gewesen. Also das war jetzt 300 IQ. Safe. Safe, Digga. Das musst du aber ausprobieren. Ja, zieh dran. Oh mein Gott. Nice. Oh nein, rein, Bro. Nein! Digga, was? War das geplant oder nicht? Ey, Digga, wenn das geplant war, wirklich, Hut ab, Alter. Aber, Digga, das ist viel zu krass gewesen, als, aber das sah, boah, das sah geplant aus, oder, Leute? Das sah krank geplant aus. Tschüss. Krass. Der heißt Nutella. Boah, was ein, Alter. Was ein Move, einfach. Komm, passt im Crow, passt im Crow. Oh nein. Okay, alle drei. Jawoll, schmeckt. Schmeckt. Er hätte sie sogar noch alle holen können. Auf, auf, lecker, Digga. Auf richtig lecker hätte noch eine Ulti hinterherballern können. Dann hätte er noch alle Gold und dann reingemacht. Das hätte ich gemacht. Nein. Ich liebe solche Kills mit Bibi, wo der Bayer einfach so random nochmal von irgendeiner Seite abprallt und dann noch den Gegner holt. Finde ich richtig geil. Lol, wer killt den? Oh mein Gott. Beide killen sich, Digga. Nein, Digga. Guck mal, er wirft schon perfekt die Dynamitstange dahin. Springt wieder zurück. Aber, Digga, das ist doch Next Liga. Als ob das geplant war. Das war aber, glaube ich, geplant, Leute. Das ist so krass. Es ist so krass, Mann. Oha, das ist auch geplant. Also, okay. Ich dachte, er jumpt jetzt. Digga, wäre er hochgejumpt, wäre es Next Liga gewesen. Dadurch noch. Aber er ist auch gestorben, Alter. Aber trotzdem erster geworden. Also, alles gut. Und der Ball. Der Ball kommt. Jawohl. Nice. Mach ihn rein. Sauber. Sehr schön. Oh mein Gott. Der Noob. Was? Ein Noob. Komm, Ulti. Zack, noch ein Ulti. Wie viele Gegner kommen da noch? Oh mein Gott. Oha, wie knapp. Und Ulti, ein Weg. Komm, ich will die Ulti in den sehen. Boom. Sauber. Er lebt ein... Okay, ich glaube, jetzt ist er gestorben. Aber es wird krass gespielt auch. Okay, okay. Oha. Was? Er stirbt in der Luft. Dieses... Diese Soundeffekte, Bruder. Dieses... Hä? Nein. Digga, war da wohl... Digga, solche Leute hasse ich. Der hat geteamt mit dem. Unglaublich. Einfach unglaublich, dass das funktioniert hat. Ich schwöre euch auf alles. Unglaublich einfach, dass er Erster geworden ist aus dieser Situation eben. Ich fasse es nicht. Oh nein. Mord ist so... Hey, no. Hey, no. Hey, no. Hey, no. Messer die Bombe doch, Bro. Du kannst eh nichts machen. Was denkt er? Aber es klappt. Er entkommt einfach. Es entkommt einfach. Hä? Bruder? Bruder? Okay, er hat es dann gut. Ja, okay, Leute. Also. So, Leute. Das war es auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Es hat unnormal viel Spaß gemacht, das mit euch zusammen zu schauen. Schreibt mal bitte eure Meinung in die Kommentare, was eurer Meinung nach die beste Stelle war. Checkt auf jeden Fall auch, wenn ihr Call of Duty Mobile spielt, meinen Call of Duty Mobile Kanal ab. Erster Link in der Beschreibung, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Haut rein, meine Bros. Ciao, ciao.